Das ist ein Danglish Video. Es ist nicht auf Deutsch. Hallo Leute. Willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich heiße Montana. Ich bin ein Austauschschulerin in Deutschland dieses Jahr. Und heute werde ich ein Video machen auf Deutsch. Und es ist ein Get Ready With Me Cheer Edition. Ich weiß alle diese Wörter nicht auf Deutsch. Aber heute ist ein Get Ready With Me. Und ich habe einen Cheer Auftritt später. Und ich werde schminken. Meine Uniform anziehen. Und allein zu dem Rathaus gehen. Wo mein Auftritt ist. Also, erst ist schminken. Aber ich beginne mit meinem Setafil. Ich muss das machen. Ich muss das machen, weil es ist YouTuberlich. Das ist so komisch. Ich habe noch nie ein Schminken-Video oder Get Ready With Me gemacht. Also, wenn ich etwas falsch mache mit meinem Schminken, entschuldigung. Jetzt mein Gesicht ist sehr rot und sehr schön. Ich weiß kein Wort für schminken auf Deutsch. Jetzt habe ich Foundation. Das ist hier. Das werde ich hier machen. Ich kann es nicht gut sehen. Aber ich habe nur ein kleines Bild von meinem Gesicht. Also, hoffentlich schaut es gut aus. Es wird nicht anders ausschauen. Ich benutze nicht viel. Also, es ist nur für Fotos. Dann habe ich meinen Penciler. Ja, würde ich das benutzen. Es ist Age Rewind Maybelline. Ich glaube, es hat nichts gemacht. Oh ja, passt. Okay. Ich habe einen Pickel. Ah, Entschuldigung. Es gibt einen Spiegel links. Also, ich habe einen Pickel hier. Und hier. Vielleicht hier. Und hier, es schaut sehr hell. Aber dann habe ich einen Powder. Und es ist kein Problem. Es ist so stark deutsch. Es tut mir leid. Dann habe ich meinen Powder. Auch L'Oreal. Nein, das ist L'Oreal Paris. Ein Faliable Pro Matte. Das ist wahrscheinlich drei Jahre alt. Ups. Ja, okay. Das macht Spaß. Ich mag das. Ich brauche Bronzer. Ja, das brauche ich. Hoola Benefit. Mein einziger High End Produkt. Ich mache das nur, weil in YouTube Videos die andere Mädchen machen das. Das ist die gleiche Farbe von meiner Haut. Und so was ich mag. Ich spiele. Die Blush ist mein Lieblingsprodukt. Ich habe mit mir ein Glossier Cloud Paint. Und es ist mein Lieblingsblush. Ich weiß nicht, ob man kann es in Deutschland kaufen. Aber es ist ein Creme. Und dann. Wie das? Wie das? Wie das? Ein bisschen hier. Die Nase. Ja. Das ist Wet n Wild Ultimate Brow Mascara. Und es ist für mein Augenbrau. Ich glaube ich. Also hier. Kannst du das sehen? Nein, ich glaube es gibt keinen Unterschied. Oh. Oh. Ups. Oh. Das ist schwerer als man denkt. Okay. Mein Gott, das ist so schwer. Ich konnte nicht ein Beauty Guru sein. Das ist nicht so schlimm. Und dann. Ich glaube das ist alles für Schminken. Dann werde ich meine Fünpertische machen. Aber ich mache das ins Bad. Weil ich brauche ein Heat Source. Ich weiß nicht was das ist auf Deutsch. Für meinen Eyelash Curler. Also auch ein Wort, das ich nicht auf Deutsch weiß. Aber danach werde ich zurückkommen. Und ja. Ich bin zurück mit meinem Wimpeltische gemacht. Und so. Meine Wimpeln. Weil ich Asiatisch bin. Sie sind richtig gerade. Gerade. Und halten keine Lochen. Also sehr gern wie das. Und nicht wie das. Und das ist was ich will. Also ich muss Wärme benutzen. Oh nein. Es ist so alt. Es gibt keinen Namen. Aber. Ich glaube es ist etwas Maybelline. Rocket. Und Wasser Proof. Und Wasser Proof. Es ist die beste für asiatische Wimpeln. Ja. Und. Ich habe viele probiert. Aber das ist die beste. Aber ja. Das ist die beste. Und jetzt werde ich mein Uniform anziehen. Ich muss es fragen. Ich weiß nicht ob ich ein Hochponytail machen kann. Das ist ein Denglish für dich. Es ist nicht auf Deutsch. Es ist auf Denglish. Also. Ich weiß nicht ob ich das machen kann. Weil mein Haar zu kurz ist. Also. Wahrscheinlich werde ich ein Haarponytail machen. Ich bin aufgeregt. Ich werde meine Schuhe anziehen und so. Und dann werden wir zum Bushaltestelle gehen. Also. Bis dann. Tschüss. Hier ist mein Haar mit. Das. Jetzt. Esse ich. Eine Banane. Weil. Ich brauche Energie. Für meinen. Anstrengenden Auftritt. Es ist. Kalt. Und. Ich habe. Mein Rauch. Und meine Winterjacke. Aber. Meine Beine. Das ist so peinlich. Ich hasse mein Uniform. Es. Nein. Doch. Nein. Okay. Ich hasse mein Uniform nicht. Aber ich hasse dass ich habe es. Und alle Leute schauen mich an. Weil. Wer hat ein cheerleading Uniform in Deutschland. Es ist nicht normal. Ich bin mit dem Bus gefahren. Und ich bin spät. Aber andere Menschen ist auch spät. da. Also. Ich bin nicht allein. Und. Ja. Wir sind da. Es ist bei dem Rathaus hier. Oh. Es ist echt nett. Mit der deutsche Flagge ist es so schön. Keine Ahnung. Oh. Sehr gut. Was ist das Hände? Ja. Es ist Wah. Es ist so einfach die Hinterung. Machen wir etwas cool. Wir müssen jetzt gehen. So, wir haben unser Auftritt, wir haben vier Auftritte, aber es ist ein, ich weiß nicht was es ist, ein Bewusstsein, ein sehr erwöhnt Seemann. Also wir haben jetzt ein Stuntenbier oder ein U-Ber-Bier, aber wir müssen leise sein. Altyazı M.K.